Also sie treffen da klare Worte und ich denke, es ist bei der Mannschaft angekommen und wir selber wissen auch, dass wir einfach noch mehr können, dass noch mehr in uns steckt. Und ich bin mir aber sicher, dass wir das auch dann am Dienstag umsetzen werden. Es wird ein ähnlich hartes Spiel wie gegen Italien werden. Die Russen werden uns da alles abverlangen, die haben auch noch gute Chancen weiterzukommen. Von daher werden sie alles dafür tun, dass sie gegen uns gewinnen werden. Ja, und wie gesagt, wir müssen da auch voll da sein von der ersten bis zur letzten Minute, müssen die Zweikämpfe annehmen und auch gewinnen und dann noch konsequenter im Torabschluss sein. Und dann bin ich sehr zuversichtlich. Jeder weiß, wie wichtig das Spiel sein wird, aber es ist, glaube ich, jetzt auch die falsche Herangehensweise zu denken, oh Gott, wir könnten jetzt auch ausschein. Wir wollen da auf jeden Fall positiv rangehen und wir wissen auch, wenn wir das abrufen, was wir auch eigentlich können, dann denke ich auch, dass wir das gewinnen werden.